Jetzt würde ich vorschlagen, wenn ihr einverstanden seid, wenn ihr einverstanden seid, legen wir los, oder? Mehr als 150 Stimmtalente standen in den letzten 14 Jahren auf der Kitty Contest Showbühne. Zehn von ihnen haben wir uns heute eingeladen, um euch die Finalisten 2009 zu präsentieren. Die erste wird Startnummer 01 präsentieren und sie ist die Siegerin vom Kitty Contest 1998, vor elf Jahren. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Einen Riesenapplaus für Alexandra Pötzlsperger. Die Startnummer 1 beim Kitty Contest 2009 ist zehn Jahre alt und hatte immer zwei große Träume. Ein eigener Hund und ein Auftritt beim Kitty Contest. Aus Mama Sita macht sie eine Riesengeburtstagsparty. Hier ist unsere Startnummer 01 und ich sage Ladies first. Hier ist Sarah aus Oberösterreich mit Wir gratulieren. Einmal im Jahr gehen für jeden die Scheinwerfer an. Einmal im Jahr dreht sich alles allein um dich. An diesem Tag ist die Welt voll mit Luftballons. Du bist der Star, darum ist auch dein Fanclub da. Auf dem Tisch ne riesige Torte, nur für dich, dir fehlen die Worte. Alle sind hier, nur wegen dir. Wir gratulieren, du hast Geburtstag. Wir gratulieren ein Dreimal hoch. Wir gratulieren mit Happy Birthday. Und glaub mir, alle freuen sich und singen diesen Song für dich. Und alle, alle gratulieren dir zum Geburtstag. Wir gratulieren ein Dreimal hoch. Und alle wünschen dir alles Gute. Ein Typ wie du, der ist beliebt. Es ist wirklich cool, dass es dich liebt. Ist es nicht schön, wenn der Tisch vor Geschenken sich biegt? Ja, und wenn man dich dann vor Begeisterung beinahe zerbrüllt. Alle Freunde, Onkel und Tanten, deine Eltern und die Verwandten singen im Chor, dir etwas gut. Wir gratulieren, du hast Geburtstag. Wir gratulieren ein Dreimal hoch. Wir gratulieren mit Happy Birthday. Und glaub mir, alle freuen sich und singen diesen Song für dich. Wir alle, alle gratulieren, du hast Geburtstag. Wir gratulieren ein Dreimal hoch. Wir gratulieren. Das ist dein Tag, das ist deine Party. Wir gratulieren. Da wird gesungen und gelacht. Wir bleiben auch bis Mitternacht. Sarah, erzähl uns kurz, wie schaut bei dir zu Hause eine Geburtstagsparty so aus? Was wird da gemacht? Wir laden die Freunde ein und dann übernachten wir bei mir. Und dann bleibt sie ganz lange wach. Ja. Wie lang ungefähr? Die ganze Nacht. Ich danke dir fürs Erste. Großartig gemacht. Unsere Startnummer 01 mit Wir gratulieren. Sarah! Sarah!